Das sieht nicht gut aus. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Muss ich hier irgendwie irgendetwas damit anstellen. Sieht irgendwie nicht dann aus. Kann ich die mitnehmen? Ne, zu schwer. Weil hier kam ich ja eben auch schon mal raus. Die Tür funktioniert auch nicht. Höchstens die hier. Ne, wir nehmen die Leiter. Hä? Okay, das funktioniert jetzt auch nicht. Was haben wir noch für Optionen hier? Wieder zurück ins Wasser. Oben geht es aber auch nicht rein. Der Panzer ist kaputt. Ja. Ah, okay. Gute Idee? Schlechte Idee? Ich weiß es noch nicht. Hubschrauber. Panzer. Ha! Direkt zwei Treffer weg. Sollte nur nicht so verschwenderig sein. Da komme ich nicht mehr zurück. Äh. Nein. Okay, Raketen waren drin. Ist okay. Ich wollte eigentlich so... Schön, was Praktisches sogar noch drin. 5% Nein. Was ist das denn hier für eine Kacke? Wo hängt denn die hier? Ah, da unten. Sind da noch mehr oder... Ja, ja. Kommt mal ran auf den Meter. Oder bleibt mal weg. Ja, okay. Jetzt muss ich aber noch irgendwie... Da ist noch mehr. Aber auf jeden Fall. Ich guck mal erstmal, ob ich hier noch Medipack oder so... Ja! Okay, Medipacks. Give it. Munitionskisten nicht so wirklich. Batterien aber auch noch. Dann schauen wir uns hier mal um. Sieht gut aus. Aber hier gibt's kein Knöpfchen. Aha. Ne, Tastatur lass ich mal hier. Okay. Komm. Nein. Ach du Scheiße. Jetzt kommen auch noch Aliens dazu. Jetzt geht's richtig rund. Hahaha. Könnt ja richtig lustig werden, wa? Der ist direkt in einem Minenfeld gelandet. Und jetzt gleich geht die Tür zu. Und ich weiß noch nicht wohin ich mit mir. Oh. Das war falsch. Mir komm ich nicht weit. Ein Mortigond ist noch da. Jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht. Gibt's hier nur die Aliens erstmal? Oder kommen jetzt auch noch Marines dazu? Ein verminter Gang. Geil. Den lass ich erstmal außen vor. Guck mal hier vorne rum. Ob es hier nicht einen anderen Weg noch gibt. Minenfeld. Mit versteckten Minen. Mit Batterie. Nein. Da ist auf jeden Fall eine Mine. So. Wo ist denn hier die nächste? Da brauche ich gar nicht erst hin. Da komme ich sowieso nicht drüber. Nein. Ich stecke fest so. Komm. Machste. Okay. Dann müssen wir uns. Durch diesen Minen Gang. Schießen. Also. Ich versuche jetzt gar nicht erst der. Zwischen her zu springen. So. Was erwartet mich hier? Help me. Bitte. Ja. Was ist denn los? Äh. Doof wie die. Boah. Ein schlechter Sniper, wa? Wie lenke ich den jetzt am besten ab? Da kann ich aber nie im Leben eine Granate reingeschmissen. Oh. Doch. Das reicht sogar schon. Hatte sich hier mit Chips und ein paar Waffen und ne Medipack verschanzt. Sind jetzt mehrere Sniper oder war nur einer? Ich denke mal ich muss da hinten zu der Tür. Ha. 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 Ähm. Ein Quicksafe. Weil ich nicht weiß, wann die Minen reagieren. so geht's. Ah. So geht's. Elektro. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst doch reingehen. So jetzt hab ich auch wieder diese Minen, auch wenn ich noch nie benutzt hab. Noch gar nicht. Nicht mal irgendwie zum Spaß. Ah. Super. Was für ne Verarsche. Volltreffer. Ähm. Jetzt kann ich mal hierher. Obwohl es wirklich nix bringt. Gar nix. Überhaupt nix. So komm her. Okay. So komm her. Jetzt schreck ich mich schon vor dem Türgeräusch. Klappt das? Tatsache. Da müssen erstmal keine Minenfelder. Jetzt bin ich einmal um das Haus rum gerannt. Ist ja spektakulär. Das Problem ist, der Strom ist noch an. Den muss ich jetzt erstmal ausschalten. Hier. Wunderbar. Dann kann ich wahrscheinlich hier. Aufs Dach. Jetzt mach ich sogar noch ein Quicksafe. Irgendwo kommt gerade glaube ich ein Panzer oder sowas. Ah. Hier komm ich nicht hoch. Schade. Ein Wissenschaftler. Na. Komm her. Hi. Ja. Ja. Ich war da selbst, bis ich hier befestigt habe. Und, naja. Ich habe einfach meinen Nerf verloren. Geh einen Blick durch die Tür und Sie sehen, was ich meine. Ich werde die Katastrophe hier warten. Wenn Sie gehen wollen, dann bitte ich Sie. Für all unsere Worte. Geht mit extremem Kauz. Okay. Also gehe ich davon aus, dass mich hier ein Panzer erwartet. Nein. Ich war hier jetzt nicht. Ich gehe erstmal auf was. Ah! immer wieder die gleiche kacke hier ach das dürfen wir nicht okay dann war die raketenwerfer idee auch schon scheiße ich erwischt ihn nie in der luft ja gut wir machen mit runter her klappt auf keinen fall kann ich mich hier irgendwie wenn das geht fresse ich den besen der karton ist schon so wackelig komm nächster versuch ne das klappt so nicht ja ist ok was haben wir denn noch für möglichkeiten ja habe ich gehört da kann ich aber auch nichts entschärfen oder so die leiter kann ich jetzt nicht mitnehmen ist ja geil na komm hui mehr glück als verstand auf explosiven kisten klettern boah nein 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 ich schieße jetzt nicht auf die kisten scheiße für muni verballert für so ein scheißvieh ich wollte nur nicht dass ich auf die kiste boah krass ok jetzt kommt wieder so ein rätselparcours ob die treppe könnte gefies sein kann ich mit denen komm komm und was ist mit dem da weiß ich es noch nicht hier ist erstmal gar nichts boah daran kann ich mich aber auch nicht mehr erinnern probieren wird ok feierabend das war es schon bin ich in die seite rein gescheidet ok dann versuchen es so viel zu krass die scheiße denn überlegte wackelt da so rum ich muss da irgendwie zur seite die palette will auch nicht kaputt gehen ich geh doch da rein oder hier will er auch nicht ja das klappt aber so nicht ich könnte es versuchen so zu auch Gut.